so und da sind wir auch schon wieder wir fahren jetzt hier ganz kurz jetzt habe ich keinen Lust mehr das Ding auf den Boden zu setzen fahren wir mal, gucken wir uns den Misthaufen an hier haben wir schon in Arbeit ist schon das Schlage das freut mich ja passt aus den Augen, eine Gruppe Touristen war von den lokalen Sehenswürdigkeiten so angetan dass sie ihr Gepäck haben stehen lassen bringen sie die Koffer der Urlauber zurück erstmal lass sie nehmen lass sie weg machen dann lass sie nehmen schau mal in BGA rum dann wird er hoch gut ja sehr schön also weiß zwar nicht wie wie viele Missionen wir eigentlich noch machen müssen aber wir werden schon ein paar Missionen machen so also wie gesagt die Fälle 1 und 2 müssen fertig machen doch und dann passt also wie gesagt leider kann man die Helfer nicht schneller machen das wäre sehr schön so dass die in 2 Minuten ja das Feld fertig haben aber funktioniert leider nicht sonst könnte ich das ganz schnell machen wir müssen nicht immer sehen wie ich hier hin und her fahre aber tja leider ist das so leider 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 so 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 hier haben sie ihre Koffer vergessen natürlich ist das klar dass ihr ihr Koffer perfekt auf einer Ballette wenn es gibt mir wird vergessen so und in in Ach, ist ja gar nicht mehr so weit weg. Wir sind genau am Bahnhof. Hey, ist ja ein guter Bahnhof, aber naja. Ey, das Privatgelände, hallo. Hallo, Privatgelände. Was fahren Sie hier rüber? Nee, 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 nee. Kein Respekt. Warte mal, habe ich jetzt eine Mission erfüllt? Ja, habe ich. Gut. aber erfüllt mal gucken ok Weltversportmission im Spiel 5 Gesamt 28 wie viel brauche ich eigentlich 50 oder so ich war allerdings geht einfacher und da ist auch schneller so ein Schirchen nach Ja dann fahren wir, fahren wir fahren wir mit dem Holland Tschüss gut da dritte er 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 ein wichtiges Laborexperiment wurde wegen einer ausstehenden Lieferung auf Eis gelegt holen sie die Kühlbox und bringen sie diese zur angegebenen Adresse holen sie diese das könnte auch einige Minuten dauern meine freiste kommst du da nicht hoch jetzt kommst du hoch ey knopf hoch ja also gemäß die Fahrt ich versuche irgendwie mal ein paar Sachen hier raus zu kriegen und dann sehen wir unserem Zielort wieder das habe die 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 nur die 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 Ja. Hier muss der Leid fallen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So lange meine Kühe noch nicht getroffen sind, ist alles so locker. Vielen Dank. So lange meine Kühe noch nicht getroffen sind. Vielen Dank. Vielen Dank. So lange meine Kühe noch nicht getroffen sind. So, wir wiegen 8.114 Kilo. So, wir sind hier. Wir sind hier. So, 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 wir sind hier. und warum alles beim dinner da ankommt ich weiß es nicht so und dann sind wir auch schon wieder am ende der sendung ja ich habe es hat euch gefallen leisten leichter lassen oder dann wir sehen uns bis dahin guckt euch andere videos an schatten kommentare wir freuen uns immer wir beantworten wir beantworten alles bis auf privat fragen ja also los geht's los geht's los geht's schreiben freien freien bleiben und aber da lassen bis dahin herzlich willkommen herzlich willkommen ja es geht weiter 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 mit der nächsten folge wir fahren zum dinner da wo alles mittlerweile abgelagert wird damit ich das da abholen kann dann fahren wir zur angewiesenen ablieferstelle und geben den pilzezüchter seine die feierlich mit der parade und sei das wort okay ich habe doch mal hingekommen Einmal dreh, 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 so und dann geht es auch schon weiter. Zum Bahnhof mal wieder. Auf der Kiste. Ja, 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 ja ja, 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 ja. Wie ist das entspannt. So, ich wollte nur so etwas älter haben, kann. Das ist eigentlich ein hof, ein hofhof. Ein hofhof. Ein hofhof. Ein hofhof. So, dann sind wir auch schon wieder gleich am Zielort angekommen. Und dann, mal gucken, was so wie viele folgen. Dann mache ich mal eine kurze Pause, um zu gucken, wie weit meine Sehmaschine ist. So, Pause. Alter, komm und sie durch hier, da drüben so ein Feld, was machen muss. Da auch nicht gerade klein. Ach, Leute, 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 Leute. So, gut. Dann machen wir wieder zurück. So. Da, die Beholen. Hm, 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 hm. Das macht es jetzt einfach. Fahren wir wieder zum Bauernhof, zu unserem Hof zurück. So, das macht es jetzt einfach. Und dann. Machen wir mal. Mal gucken, was die nächste Mission bringt. Ob es die nächste Mission bringt. Ob es die nächste Mission gibt, oder nicht. Wäre eher so frei, gerne noch eine zweite Kartoffelzehmaschine zu kaufen. Wäre eher so frei gerne noch eine zweite Kartoffelzehmaschine zu kaufen. Die da dann gleich loslegt. Was ich da jetzt losmachen kann. Ich bin der 2. So, Leute, hier unterbrechen mal kurz die Missionsarbeit. Wenn ich da an der Tafel angekommen bin, dann hole ich mir hier so ein Taktor. Ein Dreck, ihm passiert sich. Ein Neu. Ah, ich hatte was. Jetzt mal wie durch. Da gegen krankt, oh, dann hole ich mir die Kartoffelzehmaschine noch eine zweite. Und dann. Und dann. Und dann kommt sowieso keine Mission. Und also los geht. Dann kommen wir noch eine Kartoffelzehmaschine und fahr auf L2. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Da. Genau. Mal einpatschen. Den haben wir mit. Genau. Und los geht's. Jene. Also, da du meinst. Er ist du zu. Ich werde gerne noch mit. Ich werde gerne mit. Warte mal etwas. Alle. Gut. Wenn ich... Also den Oh mein, zuhoh ist mir da. Soktoung war. so ein Teil ins Geschäft rein und unsere zweite Kartoffelsähmaschine in der Nähe rüben da da und der Doppel Krummel, Haugen Kalknitze so Rheaufeld zwei bitte Vielen Dank. 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 Auch no parking. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Wir freuen uns. Tschüss. Bis dann.